Wunderschönen Newton, bonjourne meine Freunde, ich begrüße euch wieder mal zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe ihr seid alle gesund und es geht euch auch allen gut. Ja, wer kennt es nicht? In Deutschland, es ist noch eisig kalt, die Trails sind total matschig. Was gibt es besseres als sein Bike zu schnappen, seine sieben Sachen zu packen, alles ab ins Auto und ab Richtung Süden auf die Suche nach sonnigen Trails. Und genau darum geht es in diesem Video. Ich zeige euch, was ihr auf eurem Bike Road Trip nicht vergessen dürft. Viel Spaß beim Video. Ja, wer kennt es nicht? Ihr seid unterwegs im Bike Urlaub, auf einem mehrtägigen Bike Trip, im Bike Park Besuch, wie auch immer. Du stürzt, dein Bike ist kaputt, du hast dir was verbogen, irgendwas hat sich gelockert und du hast nicht das richtige Werkzeug oder die richtigen Ersatzteile dabei. Da kann der Bike Urlaub ganz schnell enden, wenn kein vernünftiger Bike Shop in der Nähe ist. Und genau aus diesem Grund habe ich für mich persönlich eine Werkzeugkiste zusammengestellt, die ich auf solchen Trips immer mitnehme. Ich habe die wichtigsten Teile zusammengestellt. Über Kleinteile, Ersatzteile, Pflegeprodukte und Werkzeuge. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Pumpe und ein Montageständer. Ich habe alles zusammengestellt und zeige euch jetzt mal, was ich so mitnehme. Viel Spaß dabei. So, fangen wir direkt mal mit den fast wichtigsten Sachen an, die ihr auf jeden Fall dabei haben müsst. Und zwar Ersatzschläuche. Denn auf so einem Trip können so einige Plattfüße entstehen. Und deswegen habe ich immer einige von diesen Freeride Schläuchen von Schwalbe dabei. Die kann man nie genug dabei haben. Als nächstes immer genügend Ersatzbremsbeläge dabei haben. Denn wenn euch unterwegs die Bremse streikt, so wie bei mir in letzter Zeit, könnt ihr Bremsbeläge wechseln. Ihr habt großen Verschleiß bei langen Downhills, deswegen immer genügend Bremsbeläge dabei haben. Je nachdem, wo ihr seid, ist kein Bikeshop in der Nähe. Und da macht das schon mal Sinn, einiges an Kram selbst mitzuschleppen. So sieht es in meiner Kleinteilebox aus hier. Also, wir fangen mal hier vorne an. Ich habe hier immer ein paar Ersatzketten-Schlösser dabei. Ketten-Schlösser können öfters mal kaputt gehen. Ich habe auch noch eins in meinem Rucksack für den Notfall, wenn ich unterwegs bin. Ein paar Ersatzbremsgriffe oder Bremshebel. Falls solch ein Bremshebel abricht, habe ich hier immer was dabei. Dann habe ich hier einen Speichenschlüssel. Unten drin habe ich auch noch Ersatzspeichen. Wenn mir eine Speiche reißt, das ersetzen kann. Als nächstes habe ich hier immer zwei Ersatzschaltaugen. Weil wenn euch ein Schaltauge unterwegs kaputt geht, was schnell passiert, habe ich schon selbst zwei Stück an meinem Bike neu gemacht. Habe ich hier immer zwei Stück dabei. Je nachdem, wo ihr seid, gibt es keinen Bikeshop, der das passende Schaltauge für euch da führt. Deswegen immer an Schaltaugen denken. Hier habe ich Kleinkram, zum Beispiel Ventilkappen. Hier habe ich Tupless Ventile drin. Alles mögliche an Kleinkram. Hier sind noch Nippel für die Speichen. Genügend Ersatznippel. Dann habe ich hier einmal Reifenabzieher. Dann hier die Clips für die Magura, damit ihr euch nicht die Bremsbacken zusammendrückt. Als nächstes hier habe ich noch mehr Bremsbeläge. Ja, Bremsbeläge kann man nie genug haben. Bin ich der Meinung. Dann habe ich hier den ganzen Kleinkram für die Magura. Zum Beispiel hier Bremscover. Schrauben, Federn, Pins, alles mögliche, um die Griffe zu tauschen. Auf jeden Fall meiner Meinung nach mit das wichtigste Schaltaugen. Nehmt auf jeden Fall Schaltaugen mit. So, dann gehen wir mal ins Hauptfach ein. Als nächstes habe ich hier natürlich ein bisschen Werkzeug. Eine Spitzzange. Einen kleinen Seitenschneider. Dann finde ich immer wichtig hier die passende Nuss für die Gabel, um die Token zu wechseln. Dann hier die spezielle Nuss fürs Kettenritzel. Immer wichtig, Kabelbinder. Kabelbinder helfen im Notfall aus jeder Lebenslage. Ihr könnt mit Kabelbindern im Notfall alles mögliche fixieren, fixen. Was auch immer. Kabelbinder sind top. Ich habe immer ein paar im Rucksack und natürlich auch hier in meiner Kiste. Ein Pinsel, um irgendwas sauber zu machen. Da unten noch ein paar Q-Tipps. Hier noch der Speedier, um den Mantel schnell abzuziehen vom Laufrad. So, als nächstes hier die Pflege- und Schmierprodukte. Dann habe ich hier Kettenöl für nasse Bedingungen. Dann habe ich hier meinen Kettenwachs fürs Trockene. Als nächstes hier Montagepaste. Dann hier Kugellagerfett. Kann man für alles gebrauchen. Dann habe ich hier nochmal eine Tube mit Fett. Hier so eine kleine, ja, Brillantfett. Und Montagepaste. Montagepaste auch immer sehr nützlich, um Lager oder sonstiges zu schmieren, wenn es knackst oder knirscht. So, weiter geht es zum nächsten Fach. Ihr sehen könnt hier immer ganz wichtig, Dämpferpumpe, um das Fahrwerk auf die verschiedenen Trails einzustellen. Dann hier Drehmoment-Schlüsselsatz. Und auch immer ganz wichtig, einen vernünftigen Ratschensatz. Ein Viertel Zoll mit allen möglichen Bits, Torx, Inbus und was auch immer. Also immer ganz wichtig, vernünftiges Werkzeug. Da unten drunter habe ich noch zwei Bögen Schleifpapier. Um gegebenenfalls die Bremsbeläge abzuschmirbeln. So, und jetzt hier das Hauptwerkzeug. Eine Halbzoll Ratsche für die Nuss, für die Federgabel. Und fürs Kettenritzel. Dann habe ich hier meinen Kurbelabzieher. Falls ich die Kurbel irgendwie lösen muss, da dran muss. Auch immer wichtig, Kettenpeitsche. Einen vernünftigen Inbus-Schlüsselsatz, um zum Beispiel Pedale zu tauschen. Eine Kettenschlosszange. Dann habe ich hier einen Außenzug, also eine Außenhülle für den Baudenzug. Und hier noch einen Ersatzbaudenzug, falls mal irgendwas reißt. Was sehr wichtig ist, ist auch auf jeden Fall eine vernünftige Pumpe mitzunehmen. Hier eine große Standpumpe. Denn wenn ihr mal einen richtigen Plattfuß habt, müsst ihr den ganzen Schlauch wechseln. Habt irgendwas am Mantel, tauscht den Mantel, wie auch immer. Auf jeden Fall mit einer vernünftigen Pumpe kriegt ihr das Ganze wieder schnell aufgepumpt. Mit so einer kleinen Minipumpe, die die meisten im Rucksack haben. Dauert das eine halbe Ewigkeit. Was ich so alles in meinem Rucksack mit mir schleppe auf den Trails, das verlinke ich euch hier oben im kleinen Video. Was bei mir auf jeden Fall auch nicht fehlen darf, ist hier ein Montageständer. Ich habe immer einen dabei, wenn ich mehr täglich irgendwo unterwegs bin. Hier kann ich mein Bike ganz entspannt einspannen und kann wie zu Hause in der Werkstatt dran rumschrauben. Ja, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist hier was zum Bike putzen. Irgendwie Spamm, Handtücher und Reinigungsmittel. Abends das Bike einfach vom ganzen Dreck entfernen. So könnt ihr viel einfacher an eurem Bike rumschrauben und am nächsten Tag ist wieder alles sauber für die nächste Trailrunde. Ihr könnt es natürlich auch übertreiben, könnt noch einen Ersatzlaufradsatz mitnehmen, neue Mantel, was auch immer. Das ist euch allen selbst überlassen. Aber ich denke mal, das waren die Basics, die auf jeden Fall dabei sein sollten oder die jedenfalls bei mir dabei sind. Meine Freunde, ihr kennt das Ganze. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bleibt alle gesund und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche Sonntag wieder mit einem neuen Video hier auf dem Kanal. Bis dahin, haut rein, bis bald im Wald. Ciao.